Müller schimpft über Schiedsrichter. Der Bayern-Profi machte in der Königsklasse gegen Atletico seinem Ärger deutlich Luft. Wollt ihr mich verarschen, was ist hier los, brüllte Thomas Müller durch die Allianz Arena, nachdem er für eine leichte Berührung gegen Kieran Tripp ja gelb gesehen hatte. Wir spielen gegen Atletico Madrid, die größte Rabaukentruppe der Welt, und ich sehe für so etwas gelb, meckerte der 31-Jährige weiter. Auch Kapitän Manuel Neuer rügte der Schiedsrichter gespannt für die gelbe Karte. How, Concentration Now, ließ er den vierten Offiziellen an der Seitenlinie wissen. Müller übte allerdings auch lautstarke Selbstkritik. Mein Gott, ist das scheiße, du, fluchte der Offensivspieler nach einer missglückten Flanke. Rode verrät Geheimplan gegen Bayern. Vor dem Spiel gegen den Rekordmeister erklärte der Ex-FCB-Profi augenzwinkernd den Matchplan von Eintracht Frankfurt. Es gilt, Fehler zu minimieren und dann kann der Hinti mal wieder ein paar Tore machen, sagte Sebastian Rode dem Kicker. Mit Hinti ist Verteidiger Martin Hinteregger gemeint, der die Bayern zuletzt mit mehreren Treffern ärgern konnte. Gerade wir haben nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können. Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1 zu 2 verloren. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Nach dem guten Start haben wir eine breite Brust, so Rode weiter. BVB-Boss nach Pleite gegen Lazio fassungslos. Sportchef Michael Zorc hadert mit der Dortmunder Auftakt-Niederlage in der Champions League. Insgesamt war das viel zu wenig von uns. Vor allem hat das Element Leidenschaft völlig gefehlt. Im ersten Champions-League-Spiel der Saison erwarte ich eine andere Leistung, sagte Zorc bei Sport 1. Viele unserer Spieler waren deutlich unter Niveau. Eigentlich ist die Leistung des Teams nicht zu erklären nach dem umkämpften Sieg zuvor in Hoffenheim. Wir sind insbesondere in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das war ein sehr enttäuschendes Spiel. Grießmann schützt Fati nach Rassismus-Eklat. Der Superstar des FC Barcelona schrieb bei Twitter über seinen Teamkollegen Ansu Fati ist ein außergewöhnlicher Junge, der Respekt verdient, so wie alle Menschen. Nein zu Rassismus und nein zu schlechter Bildung. Hintergrund des Statements ist ein Bericht des spanischen Mediums ABC, das den 17-Jährigen mit einem Kleinkriminellen verglich. Im Wortlaut hieß es in dem Artikel, Ansu hat beim Laufen etwas von einer Gazelle. Er sieht aus wie ein junger, schwarzer Straßenverkäufer in Barcelona. Wie einer, den man die Paseo de García entlangrennen sieht und Wasser-Wasser-Schrein hört, wenn die Polizei eintrifft. Dieser Tage sehe man diese Jungen allerdings nicht mehr, da ihr Geschäft wegen des geringen Tourismusaufkommens zurückgehe.